hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen runde left 4 dead 2 mit dabei ist der tomcat hallo dann der ufermann hallo und opa zeron einen schönen guten tod genau ein kleines wortspiel haben wir gerade anfallen lassen cool genau war ja mal wieder zeit war eh schon länger geplant im hinterkopf genau also wir starten gleich der ufo ist schon ganz fanatisch ja ich bin schon ganz unruhig er ist schon im blutmodus dann starten wir el fanatico genau wir spielen eine map die ich sehr gut kenne vom namen her wirklich ja eigentlich nicht ich habe mich nicht mehr gespielt und ich freue mich total endlich mal wieder left 4 dead zu spielen schade dass der zorderlich da ist der mag das nämlich auch total gerne ich finde ich finde es soll spiel das kannst du immer wieder mal spielen auch wenn es längere zeit nicht gespielt ist man verlernt es nicht wirklich ja also alle die jetzt unter 18 jahren sind müssen übrigens ausschalten weil es leider nicht genau ihr müsst das bild wegschalten ihr dürft nur noch den ton hören also als hörspiel ist es aber auch den ton müsste abschalten weil ich weiß nicht was ich noch äußern werde ich bin immer sehr andererseits weiß natürlich keiner wie alt ihr seid und das wird auch nie jemand prüfen ja richtig hat er sich wieder im ton vergriffen der mal okay ich hab zwei knarren ich glaube das ist ein schwerer level ach der den kenne ich doch das ist doch hier das ding wo wir ne ne es regnet auf jeden fall muss ich jetzt munition machen ich habe einen schaden wo ist niemand denn für waffen cool wie die quatschen wie kann die gar nicht benutzen hier die ganzen sachen wissen ja nicht wie ich das ja auch so waffen objekt hier ok was mich ein bisschen irritiert ist um die uhr ich weiß nicht wann die das kann sogar du oder man muss auslösen wenn man hier nach vorne rein das ist nicht der schlimmste wettbewerb ich habe auch schon mal mit rufen da hinten ist ein knopf den sollen wir drücken knopfe ach so ja stimmt das war bei dem in level da muss man irgendwie so ein hebel um sagt wenn ihr bereit seid weil ich stehe hinten dann drück ich den knopf ja drückt den knopf wo sind sie denn man hört sie aber sieht sie noch nicht kommen so und die kommen ja von beiden seiten wo wer wer macht denn hier mit feuer wer hat mich denn angezogen da der ja da irgendwer hat hinten das zahnstoßen oh die schlägt schon wieder boah alter der fetter hat mit betonklotz geschnitten boah ist ja krass boah seid ihr alle tot schon naja ich lieg und ich müsste jemand aufhelfen na wie denn oh ja das war heftig oder herzlich willkommen bei leff vo der geiii ja wir sollten einen anderen stilmodus wählen weil das ist doch echt heftig ja klar geiii ne weil das werden wir hier dann übelst ablosen ja ich glaube es hängt aber auch gleich mit der karte zusammen weil beim letzten mal wir müssen mit schädel gespielt haben da haben wir doch auch nur abgelost oder naja aber wir können schon deutlich weiter ja ok so warte dann machen wir da ah ok ich kann auch hier die waffen wechseln ok ja klar wir müssen die waffen wechseln und ähm grabben ein paar Frag-Rounds ja wir können jetzt wir können eine andere karte nehmen an benzinkanister pack ich mal da hin dann können wir den in die luft jagen stimmt ja aber wie schon gesagt das ist jetzt ziemlich heftig wir haben das letzte mal haben wir jetzt 1.60 Minuten durchgestanden ja das war nicht so viel wir können gerne nochmal versuchen jetzt noch mal länger durchzustehen ich packe hier nochmal ein benzinkanister und den packen wir mal auch irgendwie keine ahnung hierhin ist auch noch gaskanister ja lassen sie mal verteilen vernünftig links am zelt schmeiß ich noch einen hin ja ok ja ja also im grunde gibt es ja nur zwei richtungen aus denen sie kommen können mit einmal hier von von äh von diesen weißen Säulen her ja richtig so und äh aus der anderen richtung halt genau entgegengesetzt ammo hier ok ich meine auch eine andere andere Waffe ja alles drück den Knopf ok drück den Knopf drück ihn ok und wo kommen sie wo kommen sie wahrscheinlich wieder aus der richtung das letzte mal gekommen sind ja da hin aufpassen irgendwer hat da schwer ja wow das bluten hinter mir nein ich bin schon wieder angekommen Achtung! Wow, jetzt brem ich. Ah, mich verdickst du. Oh, C-Wall. Plumpet. Oh scheiße, der Dicke. Achtung, Mikatana. Oh. 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 Die sollten echt in einem anderen Spielmodus aussehen wie heute, weil der wirklich krass. Okay. Okay. Ich find's lustig aber ich kann gerne einen anderen nehmen. Ja. Okay, dann geh ich... Na, dann mach mal eine Umfrage zurück zur Lobby. Ja. Jetzt könnt's ja abstimmen, ob ihr auch dafür seid. F1? Ist ja. Ja, okay. Genau. War witzig. Schöne Einleitung für diese kleine Hunde Left 4 Dead. Auf jeden Fall. Story Modus. Ähm. Schauen wir mal. Oh Gott, ich hab Mücken und Fliegen im Haus. Weil ich die Fenster offen habe. Scheiße. Keine Fliegengitter vor. Besser als Mücken und Zombies. Ja. Ich weiß nicht genau was es jetzt noch kostet, aber mit Freunden macht das übelst viel Spaß. Ja. Aber auch mit so Leuten wie Delfino und Tomcat und Ufermann macht das auch richtig Spaß. Genau, die zwar keine Freunde sind, aber mit denen man trotzdem mal spielen kann. Ja. Also man kann auch noch die Kampagne spielen zum Beispiel machen, ne? Ja, es gibt Kampagne. Und dann gibt's noch den Realismus, oder ich geh mal auf Kampagne. Ja, genau. Äh, wieder mit Freunden spielen. Ja, zum Beispiel. Und... Ach, dann sind wir aber wieder nicht dabei. Also ich habe jetzt eine neue Lobby aufgemacht. Ja. Und da können wir uns jetzt eine Karte aussuchen, eine Kampagne. Oder was? Ja. Ja, also ihr könnt jetzt beitreten. Ich noch nicht. Ach echt? Ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Kein beitretbares Spiel. Du musst erst ein Spiel öffnen, oder so. Also das sind immer... Habt ihr irgendwelche Wünsche? Oder egal. Ach, das erste vom ersten. Ja. Das erste vom ersten ist das Infektionszentrum. Wir kommen vorne an und arbeiten uns da hinten durch. Exklusiv, offiziell. Erstellen. Left for Neff. Jetzt geht's. Ihr könnt's rein. Jo. Wir schwingen quasi das Hotel. Der Left for Neff ist doch auch schon Jahre alt eigentlich, wa? Viele Jahre alt. Der kann man glaube ich noch nicht rein. Also Tomcat ist schon da. Okay, ja. Der erste Teil ist sehr alt. Moment. Ah, ich muss noch einen Charakter auswählen. Moment. Wer ist denn da noch? Ähm. Ja, ich nehm wieder den großen schwarzen Mann. Oh, oh. Der böse schwarze Mann. Groß. Groß. Ja. Groß. Okay. Den großen schwarzen Mann. Gab's nur den ersten Teil. Schade. Ja, ich bestimme den ersten Teil. Gab's diesen alten Veteranen. Ja, der Veteran. Der, der war cool. Okay, dann starten wir wieder. Mhm. Juhu. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen weniger, äh, panisch. Genau. Dead Center. Panisch. Hahaha. Aber beides mal eine Minute 16, ja? Ja. Haben wir beides mal, ja. 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 Letztes mal die falsche Waffe auf, ich hatte noch eine Raketenwerfer. Ich hatte auch den Eindruck, ich hab... Der hat richtig reingehauen, hat richtig Spaß gemacht, aber irgendwie... Ich hab auch immer Angstschreie von Ceron gehört durch die... Von mir? Ja. Wirklich? Nein. War er so panisch? Haha. Ja, ich hatte den Eindruck. Deshalb will er auch jetzt... Oh, ich bin der Linke. Der mit der Machete. Ah. Cool, ne? Ich bin der mit der Axt. Ich bin die geile Tussi mit der Kettensäge. Kettensägen-Tussi. Und der Machete. Ah. Ich hab auch ne Kettensäge. Na, das ist eher so ein Samurai-Schwärts, das aus, ne? Stimmt. Bitch. Oh. Oh, rein. Oh, Leute, jetzt könnt ihr euch hinvorspannen, alle nochmal angucken. Kennt ihr ja schon. Haben die uns gesehen? Die haben uns gesehen und kommen nicht wieder. Glaubt, der fliegt zum Einkaufszentrum rüber. In die Hölle gehe ich lieber. Okay, wir müssen hier runter. Ja, genau, wir können uns auch noch ausrüsten. Legt da noch irgendwas. Ich hab'n Medikit dabei. Okay, ja. Ja, genau, das ist wichtig. Medikit. Waffen, sind die eher weniger? Ja, die finden wir ja aus dem Lauffetter-Level. Ich habe eine Axt und ich werde sie benutzen. Eine Pistole. Zweit. Seid ihr am Start, ja, ne? Ja. Ich folge. Ja, ich folge. Oh, alles voll Zombies. Dein da. Was ist das denn da? Ja, hier los. Was war die Tür zu machen? Warten hier los. Ey, du hast mich hier allein, ne? Hol. Sichern. Mhm. Oh, Schleimer. Häftchen mal, Leute. Wo ist er? Oh, wo ist er? Müsst ihr gar nicht verlaufen? Mann, wo seid ihr denn? Puh, da liegen schon die Zombie-Leichen. Die kann ich nie Rohrbomben beschmeißen. Äh, auswählen unten im Menü, also mit dem Mausrad kannst du die auswählen. Genau. Oh. Granate! Oh. Aber das bringt nur was, wenn große Mengen kommen, weil die werden durch angelockt. Ja, richtig. Die mögen das Geräusch und rennen dann alle zur Bombe. Nein! Aua! Schleim! Aua! Au, 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 au. Ich liege. Was? Moment, ich bin grad... Ich verbinde mich grad. Du musst besser auf dich aufpassen, oder wir können dich treffen. Tomcat hat mich gerettet. Danke. Danke. Das war's jetzt also, ja? Der Fino liegt noch in der Scheiße, oder was? Ja, ich helfe mir grad hier aus. Achso. Hm. Oh, man kann auch als Finzer spielen. Oh, oh, hier ist ein Dicker. Hey! Erledigt! 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 Danke! Bitte! Ich glaub wir müssen hier weiter, oder? Erledigt! Die Animationen von den Spielern sind cool! Wow! Oh! Diesmal tut's wirklich weh! Erledigt! Dann werden das wieder alles in die Luft geackt. Hey! Das Feuer breitet sich aus! Verdammter Scheiße! Hm? Hm? Lade nach! David! Ah! Oh! Hebt euch die Kugeln für die Zombies aus! Lade nach! Hm! Ich komm hinterher! Oh! Mach's auf! Oh! 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 Wie? Ich bin wirklich richtig... Ich bin wirklich richtig... Helft dir doch! Du noch mal am Boden, du tot Kabinchen! Danke! Danke! Er hat nicht gesagt! Was? Wie? Wer? Wo? Bin ich abgestürzt? Rconen Sie? Werft die Granate? Werft die Granate? Was ist das? Danke! Danke! Ruhig! Oh Gott! Alter Schwede! Metz ist heftig, oder? Ja! Da hinten kommen sie. Da ist doch einer geschehen, das ist toll. Das hat nichts gebracht. Innen Tabletten zum hellen. Oh Mann, nicht auf mich schießen. Wenn du cool über dich sprechen. Das tut dir macht nervt nicht. Müssen wir warten bis das weg ist. Da können wir durch jetzt. Links durch die Tür. Ach ey. Wow. Au, 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 au. Scheiße, ich hab kein Medipack mehr, ja. Oh nein. Schon wieder so im Türkei. Au, ich wurde ja angekotzt. Ja, alles gut. Ja, wir leben alle noch. Und dann mit dir. Wo seid ihr? Wir sind außen und dann mit dem nächsten rein. Aber wir sind eh bei dir. Da geht es nicht weiter? Wir müssen wahrscheinlich noch weiter außen gehen. Oder geht es da? Wir brauchen Medikit. Hier ist ein Medikit. Wo? Ah, ich hänge. Ja, ich sehe. Hilfe, Hilfe. Ich brauche mal Deckung. Ich muss mich verraten. Nein, Hilfe. Schon viel besser. Sie kommen. Scheiße, was ist denn jetzt? Ich bin gut. Oh nein. Nein. Oh nein. Scheiße. Was ist denn jetzt? Ich bin gut. Oh nein. Nein. Hallo. Danke. Der hat aber auf den Boden gehauen. Oh, ich sehe das. Scheiße. Mist. Kapusten-Typ. Ich leg schon wieder. Okay. Bei meinem Glück mache ich alles noch schlimmer. Das ist das erste Level. Und das ist schon heftig. Ja, ja. Sehr heftig. Oh, cool. Da bin ich nicht mal. Ich lade nach. Ich lade nach. Jetzt geht's wieder weiter. Ich lade nach. Ich lade nach. Oh. Die brauchen wir bestimmt. Oh. Ich habe Schmerzmittel erhalten. Lade nach. Das ist fast. Ich lade nach. Ich lade nach. Oh, die kommen an. Ich lade nach. Äh. Scheiße. Oh. Wow. Wir müssen hier aufzukramen. Ja, wir müssen alle quasi rein. Da muss einer drücken. Ich lade nach. Ich lade nach. Das ist ein Albtraum. Der schissene Zombie-Apokale. Das war nicht da, ey. Das war knapp. Der hat nach. Oh, ja. Ich halte mich grad noch. Okay. Alter, verweilter. Hey, bin Rochelle. Und du? Ich bin Nick. Müsst euch nicht merken. Ich bleib gut zusammen. Wir haben eine schöne Weile. Sprüche sind zu geil. So cool. Und die Stimmen und so weiter. Echt. Sehr professionelle Macht. Vorsicht hinter der Tür rartet vielleicht ein Bedrohester. Echt. Trost. Ich wäre auch schon langsam müde. Ich würde mir auch schon langsam müde. Lade nach. Mann, ich würde sie zuhören. Das war halt so. Hohohohoho. Einfach ein. Lade. Lade nach. Ich kann gerade nicht raus, jetzt kann ich raus. Ich bin wieder hinter euch. Sehr schön. Oh, oh, ich bin fast tot. Oh, ey. Oh, Entschuldigung. Wo müssen wir jetzt lang? Ja, ich bin hier. Leute, die nächste Medi-Cap braucht ich. Ja, ich hab nur noch neun. Ah, hier ist Medi-Cap. Hier ist ein Medi-Cap. Wo? Ufo, wo bist du? Hier, na. Ich stehe direkt vor dir. Habe ich schon? Nee, ich bin nicht geheilt. Ah, verdammt. Oh, ihr seid alle schreit. Ah, ich wurde voll gekorzt. Ah, ich kann nicht mehr kotzen. Scheiße. Ich krieg deinen Arsch hoch, Ufo, Mann. Ja, danke. Retter Zebra. Wir sind ja fast tot. Ja, wir sind alle fast tot. Ist doch alt cool hier in der Lobby, ganz entspannt. Ja, ja. Natürlich. Wir müssen einmal sehen, dass wir jetzt irgendwie versorgen. Ja, da hinten ist ein Raum. Ah, da hinten ist der Schutzraum. Oh, perfekt. Oh, ey. Zeron humpelt richtig. Ja, du nicht. Wiss ich nicht. Ich seh mich ja nicht, ja. Ach so, Entschuldigung. Ah, danke. Sorry Jungs, ich kann nicht schneller. Nur weil ich nicht der Freund gelang. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ja, genau. Da ist Verbandszeug. Oh, was jetzt? Ah, geil. Geiler Level. Hm. Geil. Allgemeine Abwehr, Ceron, 121. Boah. Jo. Die meisten Kills mit einer Naka. Boah, da, 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 du. Uwe, unser Schleichter. Mit dem Schmerz. Ja, schön. Jo. Boah, macht Spaß, übelst. Auf jeden Fall. Das sollten wir öfter machen. Ja, aber ich sage jetzt eine kurze Pause und dann kommt gleich die nächste Folge, oder? Jo. Oder wollen wir eins durch aufnehmen? Weiß nicht, ist immer wegen der Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer. Ja, ich würde sagen, von Schutzraum zu Schutzraum immer eine Folge. Okay. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.